Spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakombe entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegporte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roga aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas... Werdet sehen... Das war eine Scheiße, oder? Was? Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das war's. Guck wie stark das jetzt ist. Schon bisschen besser, oder? Hm. Ja. Der wirkliche Überwinner ist das noch nicht. Oh, jetzt hab ich alle revived. Okay. Sogar der Typ in dem Raum. Alles so. Kannst du mir sagen, was du willst, das hier ist total überdacht gewesen. Wie sollte man in den gleichen Raum. Na gerade bereits drin da nochmal. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hehehe Hey, da drüben. Kommt her, hört mir zu. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Hey, hier drüben. Was war das denn? Das Ding ist tot. Antanas sagt, ihr könnt hereinkommen. Diese Tür führt in die Zitadelle. Das Ding ist tot. 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 Not, sondern aus Gier. Ich habe nicht gehungert und ich lag nicht im Sterben. Ich wollte es nur haben, weil ich es haben wollte. Aber reicht das, um mich derart wegzuschließen? Sie denken, das Böse sei absolut. Alles Böse ist das reine Böse. Und dich böse? Nur weil ich etwas gestohlen habe? So, jetzt haben wir die Ort nochmal aus dem Shortcut. Alles schicke, alles schicke, kurz abkürzung. Ich kann mir diese Map hier in ihrem Kopf niemals vorstellen, das ist so komplex. Also was heißt komplex, aber es ist verworren, das ist halt wahrscheinlich. So, ich schätze drei bis vier Kreise hintereinander, die immer wieder an die gleichen Orte führen. Also was ich ganz gut finde, ist, dass wir jetzt hier gerade im Moment sind. Da merke ich, alles ist ganz gut. So, das schaut an. Da ist jetzt gerade jemand weggelaufen. Nach dem Krieg belugen wir unsere Toten und trauerten um sie. Wir waren erschöpft und verletzt. Und das wäre dieser Unfall für uns. Doch es war auch ein neuer Kampf. Die Richter auf diesem großen Weg. Als sie zu vererben ist, ist es unsere Präzion, die wir aufzubauen. Ich würde mich freuen auf mich, der neue Richter und Wächter über die Menschheit zu werden. Der Typ ist wieder der erste Post. Was? Das ist wieder der erste Post. Das ist wieder der erste Post. Das ist wieder der erste Post. Gut, gehen wir nochmal gleich durch den Weg hier. Da können wir noch was größeres verstehen. Ah, ein Wiedersehen! Ah, ich bitte. Ah, ein Wiedersehen. Ah, ich bitte. Wie schön ist ein komisches Misszeichen. Wie sind die Lieblingsgegner? Stumpf und fallen in sie um.